Der Profifußball hat kein Hobby mehr. Der Amateurfußballer spielt aus Liebe zum Fußball, ohne redlichen Druck, mit viel Spaß und eben auch Spaß an der Gemeinschaft. Also wenn ich nicht Fußball spiele, bin ich tatsächlich Polizist. Außendienstmitarbeiter. Medizinisch-technischer Radiologieassistent. Kraftfahrer. Arbeite beim ADAC. Bin ich Osteopath. Hälfte linker Stangenparcours, Hälfte rechter Stangenparcours bitte. Rein fürs Training und Spiel gehen ja schon neun Stunden drauf in der Woche und wenn ich jetzt noch Social Media Aktivitäten oder irgendwas vorbereiten, da gehen schon um die 20 bis 25 Stunden gehen auf jeden Fall drauf. Der Zeitaufwand ist doch groß, also je nachdem wie man der Aufgabe gegenübersteht, bin da sehr akribisch auch in der Vorbereitung. Ein ganz anderer Trainingsanlass wird nicht so spezakulär für euch. Arbeit, Fußball unter einen Hut zu kriegen ist schon die große Herausforderung. Man kennt ja das Sprichwort Zeit haben und sich Zeit nehmen, sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe und für sein Hobby muss man sich Zeit nehmen. Fußball ist so das, was mich ausfüllt neben meinem Beruf und macht mich auch glücklich. Mit Hannes. Wenn man redet, wenn man kommuniziert, dann schafft man das. Einfach sprechen, einfach aufnehmen. Der Ball ist zu groß. Wir räumen auf, bringen die Sachen weg ... Wir spielen auf Freude. Sie müssen motiviert werden. Siehe.